Hallihallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video mit einem Special Guest, unser kleiner Hund Charlie. Und zwar sind wir heute in einem Maisfeld und wir möchten jetzt, Charlie entscheidet den Weg im Maisfeld. Labyrinth. Sorry, dass wir uns so lange nicht gemeldet haben, wir hatten viel zu tun. Und ja, das ist wirklich schwer jetzt mit der Schule und so. Naja, ist ja auch egal. Lass es loslegen. Hallihallo, Alter. Oh, da kommt schon der nächste Abfall. Mein Bruder? Ja? Und er sagt hier nach. Einmal da lang, einmal da lang. Hier da. Da hinten war der Sackgasse. So eine Abständlung, oder so? Ich muss jetzt kurz mal auf meine Eltern warten. Mama, Papa, kommt doch mal. Charlie riecht schon mal. Ich glaube, Charlie will da rein. Er erkundet die Welt. Er entscheidet sich dafür, dass wir da rein müssen. Übrigens, ähm, schreibt uns mal in die Kommentare. Es gibt keine Kommentare. Eine Community-Tapel, mein Herr. Ja, ähm, was wir für Vorschläge für Videos haben, weil wir haben nicht mehr so viele, deswegen... Schreibt jetzt in die Kommentare, so gehen können. Okay, Charlie, woher entscheidest du dich? Jetzt wird's schwer für Charlie. Also, wenn er da oder da lang? Charlie nicht da, das ist ein Charlie. Dann entscheiden wir zurück. Da? Charlie, komm mal. Da oder da? Entscheiden wir dich. Der kann aber auch hier lang. Ja, aber da gehen wir wieder zurück. Ja, egal. Das ist seine Entscheidung. Charlie, woher entscheidest du dich? Er entscheidet sich, das ist, glaube ich, für da. Ja? Ja. Ja, ja. Dann komm, bitte. Das ist wieder noch spannend. Ja, meine Eltern sind spannend. Wir wissen nicht, wo die sind. Äh, ja, Leute. Da kann ich. Ja. Ja, okay, wäre eigentlich gleich gelegen. Wie fliegt es? Wir sind hier beim Gräbeltuch. Kann er sich wieder entscheiden, oder? Ja. Geh lang? Okay. Ah, das sind meine Eltern wieder. Die haben einfach den richtigen Weg genommen und wir sind voll. Wie sind solche? Oh nein. Ganz viel, also ich werde ganz viele neue Bilder posten auf meinem Instagram-Account. Und, ähm, der Charlie, der kriegt auf seinem Instagram-Account auch sehr viele neue Fotos. Mr. Charlie de Pomme. Also, Mr. unterstrich Charlie unterstrich de Pomme. Ja, also, der hat sehr flassig gemacht. Und, ja, ich heiße alle unsere Instagram-Account. Und ich heiße itsofficesamsam und guck mal, hier gibt's ganz viel Mais. Ich hab zwei Wunden. Einmal gerade da rein und einmal geradeaus. Und er entscheidet sich so geradeaus. Der zieht voll. Und jetzt hat er viel. Ne, macht er doch nicht. Ey, Leute, hier gab's richtig viel Mais. Hier, schau ich, wer hier ist. Ich hab mir mal ein bisschen was abgerissen, ne? Pssst. Okay, die nächste Abzeige jetzt da. Da lang, da lang oder geradeaus. Muss jetzt entscheiden und, ja. Ja, ich entscheide mal hin. Und, er entscheidet sich so geradeaus. Okay, heute bleiben wir mal geradeaus. Hat sich geändert? Ich hab hier lang. Aber ich würde sagen, wir warten mal kurz auf meine Eltern, weil ich hab mit Anni. Ey, guck mal, Leute, wie gruselig es ist. Es wird immer höher und höher. Schau, der macht viel Blick. Oh, guck, Leute. Mein Vater gerade eben so, ihr verlängert ja voll den Weg. Und dann ist Samira so, ja, wir drehen doch ein YouTube-Video, Charlie, der entscheidet den Weg. Er so, oh nein. Ich hoffe, das Video ist nicht langweilig für euch, aber ich denke mal, es wird so gut. Das ist wirklich lustig, weil der entscheidet sich immer wieder um. Meister, darf ich auch mal halten? Ja. Okay, jetzt gibt jetzt eine Abzeigung. Links, rechts. Und er sagt. Okay, er sagt links. Ja, ja, sehr toll. Und jetzt gibt's noch eine Abzeigung. Links, rechts. Und er sagt auch wieder links. Und er verlängert den Weg nochmal. Wir hätten da lang gehen müssen. Wir machen gerade einen Kreis so. Dieser Hund hat so einen Orientierungssinn, ne? Der will wieder zurück zu meinen Eltern. Okay. Jetzt entscheidet er sich bereit. Und er geht komplett zurück. Komplett zurück, richtig zum Anfang. Ey, wenn der jetzt, oh, wenn der jetzt ganz zum Anfang geht. Ey, Leute, wir wissen gar nicht, wo wir sind. Hey, der geht jetzt wieder bei der Abzeigung wieder geradeaus. Hey, wir wissen gar nicht, wo wir sind. Okay, hier waren wir aber nicht. Hier ist Jazz, h baja. Wir spielen gleich viel. Das sind ein paar Beinstadt場ungen. Wir wollen schon so Unters Judaer suchen. Sie sind in der Landkastung, sie sind in der 살짝 Constitution. Und sie sind in der號 Byekia. Ich bew hacerlo weiter. Und die sind heute, dass du Laushach sehr leckerst, wo wir alle draußen gehen. Ich glaube, jeder wird wieder zurückkriegt. Na, noch Haus auf der Das ist alles. Eine Ewigkeit später. Okay, er hat sich entschieden, für den so eine Ewigkeit später. Er sagt links. Wait, wo lang? Jetzt kommt wieder links oder rechts? Ja, unsere Eltern jetzt komplett verloren, Leute. Oh mein Gott. Links oder rechts. Und er sagt, hier gibt es noch eine Abzweifung. Hier liegen schon wieder solche Dinger. Überall liegen diese Teile. Okay, wo landest du? Und er sagt, nein, das ist nicht da. Er sagt, nein, nein. Da kommen wir nicht auf so Menschen und dann sprechen wir in so ein Ding hier. Upsi. Ey Leute, wir wissen nicht, wo unsere Eltern sind. Was macht es da unten? Dann bringt uns das so. Wenn wir jetzt am Ende wieder beim Anfang landen, wir sind am Anfang. Wir sind am Anfang. Und wir müssen umdrehen, weil der Hund kann uns jetzt nicht einfach anders hin schicken. Dann wieder umdrehen. Wenn euch auch das Video gefällt. Und abonniert unser Kanal. Und dann geht es umdrehen. Ah, warte, hier ist eine Abzweifung. Abzweifung. Da oder da. Und Charlie entscheidet sich für die. Kippt sie gerade aus. Ach man. Ey, das ist komplett der falsche Weg, aber egal. Ey, dass wir am Ende hier überhaupt nicht mehr rauskommen, dann Upsi. Dann gehe ich hier durch, Leute, ey. Ich rast auf. Ja, aber dann bist du da irgendwo in wirklich wo und du finde, du kippt mal den Weg. Auch da kriege. Charlie führt, ähm, die Kippt mich an. und ich war mir schon mal instagram check von da ist auch die abzeugung um mein gott wenn ich eben schon hier und er ist geradeaus charlie entscheidet und charlie entscheidet sich für hier wenn ihr das wollt dann zeigt mit unserem einen daumen hoch und meldet euch auf instagram abzeugung okay also hier ist wieder eine abzweigung und charlie entscheidet sich für charlie entscheidet sich für das wieder zum anfang leute ich glaub dass da hinten war das ende und wir gehen grad wieder zum anfang hier ist station 2 weil wir sind an station 5 vorbei und jetzt kommt ja auf einmal station station 2 wohin bringst du uns hier hier Er hätte auch zurückgehen können. Oder da lang, natürlich. Ja, aber Charlie muss doch entscheiden. Er hat sich auch für den Weg. So, meine Schwester, die hat jetzt Charlie. Mal gucken, ob er jetzt bei ihr die richtigen Wege nimmt. So, mein lieber Hund, wo entscheidest du dich hin? Da lang. Ja, und er geht auch da lang. Also hier ist eine Absteigung und da ist eine Fahne. Ja, sag's mir. Da gibt's ja noch was. Ja. Oh, es sind ganz viele. Ist ja auch ganz grau, der Himmel. Oh mein Gott. Wo hat der lieber uns hingeführt? Zum Ausgang. Da oben ist das Schild. Und da ist das Schild. Und jetzt gehen wir raus. Wie war jetzt für dich die Erfahrung, Charlie mal den Weg zu bestimmen lassen? Hm, geht so. Ja. Aber Charlie hat es sehr gut gefallen, den Weg zu bestimmen. Wie ihr seht, und einmal Schleck. Und er hat es auch geschafft, ne? Hm. Tschüss. 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 Tschüss.